ja herzlich willkommen zu diesem neuen video also lasst ein like da lassen aber da wenn ihr diesen video gefällt vergesst nicht meinen kanal zu abonnieren dafür passiert noch nie einen youtube videos und vergesst nicht mein youtube zu also instagram folgen bei 1708 heute geht es um serie b regina versus kremonese regina hat richtig gute faden gehabt also regina hat in den letzten spiele gut absolviert in den ersten halbzeit ja ein bisschen immer also ein bisschen also regina das spiel ins spiel gekommen regina hat er möchte versuchen wie sie den ball ins tor hin zu machen aber es habe immer versucht also sie haben immer immer wieder versucht aber den ball hat es leider nicht geklappt und ja und dann kommt die gegner von kremonese und dann kremonese schießen ball und es hätte fast den 1 zu 0 geben für kremonese aber dann nicht aber dann hat regina richtig glück glück gehabt dann kommt dann kommt das in 45 minuten regina schießt das einzelne flora holmes schießt das einzelne bei regina regina seit der halbzeit richtig politiker da kommt regina regina fast in zweiter 0 in der 80 minuten und dann kommt die gegner und sie hauen fast die 90 minuten das 1 zu 1 und das spiel ist beendet regina gewinnt mit 1 0 das spiel ist beendet regina 1 0 gewonnen gegen kremonese hoffentlich hat es wieder euch gefallen gefallen schreibt man in die kommentare ob ich mehr solche videos soll ich machen mehr solcher video oder schönen abend schönen tag samt mit dem mark mittwoch